Ah, who am I to sing your praises, who am I to worship you? Bunt, herzlich, sprachlos. Weil es ganz viele unterschiedliche Charaktere sind und es wird dann durch diese Farben auch dargestellt und dass es dann aber trotzdem ein super klingendes Ensemble ist, das ist das, was mich da handelt. Also auch wirklich begeistert. Weil jeder so einen Touch von seinem eigenen Verrücksein mitbringt. Es ist Freude, Können und die totale Überzeugung. Imela 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 Okaká Ogekeruwa Imela 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 Untertitelung des ZDF, 2020